Hallo, ich heiße Elena und willkommen auf meinem Kanal. Gestern war ich in Müller und habe dort so viele neue Schulsachen entdeckt und wollte es unbedingt euch zeigen. Als ich die Stifte, Notizbücher und Schulranzen gesehen habe, war ich einfach nur so, wow, seit wann gibt es die denn? Ich war gestern bestimmt eine Stunde lang dort und wenn ich länger geblieben hätte, dann hätte ich bestimmt alles leer gekauft. Als ich die Sachen gefilmt habe, wurde ich immer so komisch angeschaut, aber am Ende habe ich es doch geschafft, alles euch zu zeigen. Ohne hier jetzt viel weiter zu reden, beginne ich sofort mit dem Video an. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.